ja liebe leute herzlich willkommen zurück jetzt play hogwarts legacy wir machen heute weiter mit natis treffens mit nati wir wollen natürlich noch ein bisschen nach ganz weit oben jetzt mal kurz gucken was wir auf der karte haben in der letzten folge habe ich ja jahre gesucht und habe sie nicht gefunden diese dinge im wald es gibt wohl welche im wald aber leider nicht die bringt gar nichts die verschwächt verschlechtert und sogar nur noch und hier gucken was wir noch ausforderungen haben die kampf herausforderungen sehr gut irgendwann auch erst abgeschossen hier noch was siegelschwarze magia mit vertigo schild ein so noch irgendwas was hier unten ist sammlung geschützt auch was haben will und hier sein lupe schutz wochen knudeln wir fahre und wir haben ja welche links durch genau das haben wir ja eben noch gefunden jetzt in folge ja ich erinnere mich so dann müssten wir eigentlich alles haben wir noch nicht alles da ist doch irgendwas wenn man theoretisch noch talent dazu machen soll man talent dazu das machen wir mal weiter geht es heute mit nach ganz weit oben wir sollen die treffen kann ich da irgendwo jetzt hin mit sporten und er sich dahin rennen muss gibt es wieder hoch da oben soll die sein ok ich sag immer noch eine möglichkeit was sie zu reisen da ist noch was sagt da ist doch noch eine möglichkeit ich will da mein darauf auch sie dann kann ich mich fliegen ich möchte ganz kurz aber den punkt reisepunkt hier mitnehmen den nämlich hier und dann werden wir uns auch ein bisschen fliegen das interessiert mich gerade herzlich wenig hat immer ist der raus gut so abflug schloss fall button da soll die gute nati sein und ihr könnt ja nicht mit reit daran okay ist aber nicht schlimm jetzt ist weiter allerdings das nehmen wir noch mal glatt mit das ding und warten nicht jetzt gut dass ich meine eule erreicht wir müssen in deckung bleiben und still sein ich habe ihn in den eberkopf verfolgt er hat einen brief gelesen alles was ich erkennen konnte war die unterschrift und das siegel von victor und nachdem du meintest dass ruckwood und halo hinter dir her sind dachte ich du wärst perfekt geeignet um sie mit mir zu erledigen ein für allemal der brief ist der beweis den officer singer braucht deshalb habe ich hallo hierher verfolgt und geschrieben ich brauche da die hilfe um an ihn heranzukommen bist du denn hinter dem bein ja leute wie ihn kenne ich aus uganda wenn man sie nicht stoppt können schlimme dinge geschehen das ist eine lange geschehen ich erzähle sie dir wenn wir mehr zeit haben jetzt sollten wir tun ich helfe dir mit dem brief hat hat mich zu hören zuerst müssen in den bergfried ich gehe zum haupttor sucht du einen anderen eingang ich sehe zwar keine wachen aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen und schließlich hier erklär mir die festungsmauer wie soll ich das jetzt machen ein brief was das wohl ist vielleicht etwas mit mehr kraft dahinter die pulso vielleicht drauf mal an das hat geklappt also das ist nicht so gut wir müssen da hoch wie komme ich da jetzt hoch wie komme ich da jetzt hoch hier hochklettert, dann geht das nee, geht nicht, ne ach, warte mal, ich hab ne Idee ne, ne, warte, 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 ich hab ne ne vollkommen, ich hab ne gute Idee eigentlich, die vielleicht, die klappen könnte, warte mal, wo ist denn der geprüftuch, hier 2. Drittel 2. Drittel, Fragezeichen ne warte, 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 warte warte, 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 warte ich komm nicht so hoch, ne äh, warte mal schwebezauber schwebezauber warte mal, ich hab doch irgendwo schwebezauber, wo war der jetzt hier war das warte, 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 warte warte, warte ja, Hilfe, das war jetzt nicht verabsichtigt so aber so, funktioniert sehr lange am Ende so ich muss einen Weg ins Torhaus finden um Nati das Tor zu öffnen hier hier Naja, eigentlich würde sich die Kiste daraus tun, oder nicht? Oder habe ich jetzt, stehe ich jetzt gerade so ein bisschen falsch? Sackgasse, es muss einen anderen Weg geben. Sackgasse, es muss einen anderen Weg geben. Hm. Hm. Und hier ist auch was. Das war wirklich beabsichtig. Das war's. 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 So. 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 Das könnte wahrscheinlich gewesen sein, dass ich die jetzt freigekriegt habe. Den Gang kriege ich, den komme ich jetzt noch raus, komme ich jetzt noch durch, Fragezeichen? Ja, ich komme mal durch. Sehr schön. Na gut, okay. Ich muss wieder was wechseln. 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 Was ist da? Oh, ein Hippogreif! Ja. Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Oder wir greifen. Ich muss wieder was wechseln. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich da rein. Ich muss wieder was wechseln. Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aus nachgeben. Natürlich müssen wir wieder. Ich hoffe, Nati hält sich aus Ärger raus. So, Taro. Oh. 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 Das ist das neue. Oh. 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 Warte, 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 warte. Warte... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte. Warte, warte, warte. die kiste runtergebracht verstehe verstehe nee warte was wir machen wir müssen die Kiste da rauskriegen das ist die Kirche die Kiste jetzt hingelegt äh das ist die Schlagsnetz liegt die wieder da unten ah jo da vorne da vorne ist ja irgendwie wieder vermutet wir hoch müssen oder nicht Oh, oh, oh. Nein, doch. Kannst du auch versuchen? Was ist da? Ne. Soll das halt? Da hochklettern oder was? Was auch immer. Ich verstehe es gerade noch nicht. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich vielleicht die Kiste noch nehmen kann, dass ich da... Nee, das nicht. Nehmen wir das noch mit hier. Oder warte mal. Ich habe eine andere Idee. Nicht da durch, sondern da rüber. Du weißt hier. Nicht gerade der sicherste Ort. Wo waren noch mal meine Fallen? Nein. Das war auch nicht beabsichtigt so. Das war da eigentlich. Ja, meine Vermutung ist halt, wie gesagt, dass wir da hoch müssen. Scheiße. Und irgendwie Alküter lion gefallen. Das hatest schön. Soll ich denn davon aus-ist ein, dass er die Qualität drauf war. Hast du diese Hände соблю? Nein, nein. Töme! Und dann,ari, ohne ich! Was ist das? Alter, ey, du nähst mich gerade so ein bisschen. Fuck it. Habe ich auch noch eine zweite Kiste, wo ich darauf was vorstelle? Ich vermute, es ist hier irgendwie was zu tun, also ich da hoch muss. Ich vermute, die守ze, bläbbra, 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 bläbbra? Oh, Blumen. Oh, Blumen. Acce. Siegarium Lidiosa. Ja brab, bläbbi, bläb, 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 bläb. Cos je. Siegarium Lidiosa. ja kann ich irgendwie mal das ding machen weil ich sehe sonst nicht natürlich nicht ja 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 Okay, funktioniert das nochmal. Was ist das? Ich habe ein bisschen Ruhe. weiter meine wieder also also ich habe ich noch nicht oder hier Geh öffnet. So, wir gehen. Na dann, einmal hoch, bitte. What? Du kehrst in der Holzkiste nach Hause! Äh, du! Ich brauche mal Feuer. Hier sind zehn Punkte! Komm! Exkinder, du Lecker! Inzentrum! Diesen Kampf überlegt! Das war's! Ja, okay. Nein! Nein, gut. Irgendwann noch mal... Habt das jetzt noch mal gut, oder kommt jetzt noch mehr von euch für die Horten? Hallo, wo machen wir? Hallo! Komm, muss hoffen! So... Oh nein, Deke hatte recht! Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten! So... 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 nehme ich nach oben, oder was? Ähm... Revealier! Armini... oder ich will auch eigentlich muss ich da hoch kann nicht sein da bin ich ja gerade falsch so ich wusste ich orientieren das ist doch nicht hoch wahrscheinlich nicht oder ich bin ich richtig das kann nicht sein gut Ein Gegensatz zum Identifizieren, sehr gut. Da sind wir. Ach schon. Alter, der kommt mit unverzeihlichen, du Arsch. Aber es macht schon Laune. Guck mal, der Express muss eine außerplanmäßige Panzer. Zu viel zum Thema, war die Frage. Warum zur Hölle fliegt der jetzt? Ist schon geil, du hast ein geiles Gefühl gerade, ja? Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Das ist so unglaublich! Das ist so unglaublich! Das ist so unglaublich, oder? Das ist so unglaublich. Wie aufregend! Das war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir Leben rauskommen sollten. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hatte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesflug belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auch der Hut! Natürlich! Was stand in dem Brief? Dass Rook wird einen Phönix suchen. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlow's Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu dieser Siga. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kann nur Wolken schwingen. Und zwar dann Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolken für mir sicher ist. Ich habe eine andere Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Doof. Aufgabe Wolken schwingen freigeschaltet. Und die Mission Auftrag abgeschlossen. Ganz weit oben. Ja, und damit haben wir. Wir haben krasser Dinger freigeschaltet. Wir haben wieder nächstes hier. Schrier und Caligo. Und neue Plätze freigeschaltet. Neuer Auftrag verfügbar. Neuer Auftrag verfügbar. Perfetto. Sehr cool. Haben wir noch ein bisschen was gelohnt. Und wieder auf dem Weg heißt die Mission. Nächste. Aha. Professor Garlicks Aufgabe 2. Damit müssen wir wieder ein bisschen was holen. So, als nächstes werden wir wahrscheinlich das hier machen. Das verlorene Kind würde ich sagen. Und da freue ich mich dann drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy. Make for the